Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und heute zeige ich euch einmal die Stadt St. Gallen. Ich habe hier mit der Bahn eine Umsteigerzeit von etwa einer Stunde und ich zeige euch einfach mal, was man so in einer Stunde alles von St. Gallen sehen kann. Wir starten im Hauptbahnhof. In St. Gallen gibt es zwar keine reguläre Straßenbahn, allerdings fahren die Appenzeller Bahnen mit normalen Regionalzügen durch die Innenstadt, sodass man also zum Beispiel vom Bahnhof, so wie ich jetzt erstmal zum am weitesten entfernten Teil der Innenstadt mit der Straßenbahn sozusagen dann fahren kann. Die Station in St. Gallen im gleichnamigen Kanton St. Gallen, an der ich aussteige, heißt Spiesertor. Und das ist auch der am weitesten entfernte Teil der Innenstadt vom Hauptbahnhof ausgesehen. Vom Spiesertor kommt man sehr, sehr schnell zur Fürstabtei St. Gallen mit der Kathedrale. Die befindet sich nur wenige hundert Meter von der Haltestelle entfernt. Und das ist schon einer so der zentralen Plätze, zentralen Sehenswürdigkeiten von St. Gallen, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Die Innenstadt ist auch sehr, sehr schön mit vielen schönen Gebäuden. Ich war jetzt hier am frühen Morgen da, deswegen ist hier noch nicht so viel los. Aber natürlich dann, wenn die Geschäfte alle offen sind, ist das auch noch ein bisschen belebter. Aber trotzdem ist St. Gallen einfach eine wirklich sehr ruhige und gemütliche Stadt. Es gibt auch viele kleine enge Gassen, so wie diese hier, die man eigentlich schon fast gut übersehen kann. Ist aber trotzdem ganz interessant. Hier sieht man, die Häuser werden oben breiter. Dann hier unten kann man durchlaufen und oben berühren sie sich dann an den Dächern sogar. Und so kleine interessante Sachen sieht man immer wieder in St. Gallen. Lohnt sich also mal immer genau aufzupassen, wo man so lang läuft. Da sind immer viele versteckte kleine Sachen, die interessant sind. Dann bin ich wieder zurück in der Nähe von der Kathedrale am Gallusplatz. Auch das ist ein sehr schöner Platz in St. Gallen. Der gelegenen Stadtteil mit der Innenstadt verbindet. Und dort gibt es auch diese kleine Aussichtsplattform, denn direkt neben der Bahn befindet sich ein kleiner Wasserfall. Auch der ist sehr sehr schön und sehenswert. Das sollte man auf jeden Fall bei einem kurzen Besuch in St. Gallen mit in sein Programm aufnehmen. Ja, und dann das letzte Highlight, was man sich unbedingt noch anschauen muss. Das ist der rote Platz, wie ihr hier unschwer erkennen könnt, warum der so heißt. Die Kunstwerke an der Decke habe ich leider nicht so ganz verstanden. Für mich sieht es aus wie fliegende Kartoffeln. Wenn jemand weiß, was es tatsächlich darstellen soll, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Platz. Der rote Platz und das lohnt sich auch. Und auch der Bahnhof selber ist auch wirklich schön. Auch den sollte man sich mal in Ruhe anschauen. Das war es für dieses Video. Das waren 60 Minuten in St. Gallen. Also alles, was ihr gesehen habt, habe ich innerhalb von 60 Minuten erkundet. Habt ihr schon mal einen Eindruck, was man hier so machen kann? Hier seht ihr auch, von wem die Musik ist, wann das nächste Video kommt. Und ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder eingeteilten Links erfreuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.